Nochmal. Öff, hier habe ich das gemacht. Scheißegal, ich bin... Dass die immer hinterherfliegen müssen. Schon mal hier angekommen. So. Der war auch oben, ne? Oh. Und jetzt dieses Balletbild, scheiß Vieh. Jetzt beide. Komm, beide, 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 beide. Yes. Die haben wir schon mal. Ist einfach drüber. Und drü... Ja. 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 Jetzt mach kein Scheiß, Mario. Mario. Yeah. Ein Level noch. Ein Level noch. Ein gottloser Level noch. Ein Level nur noch. Das Bowser-Schloss. Oh, die sind wir im Hintergrund mit Donner. Das finale Schloss. Mit... Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Leben wir noch haben. Ich glaube, zwei oder so. Oh, spring, Mario. Geht's hier rein? Nein. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Hier gibt's die... Was? Was? Das ist hier so intelligent. Nein, ihr sagt nicht, das sind... So Scheißröhren. Oh, fuck. Oh. Wo man rein muss. Doch, ich glaube, genau sowas ist das. Ja, genau sowas ist das. Und die Scheißzeit läuft ab. Hier rüber und dann in den ersten, denke ich mal. In den hier. Boah, bin ich angespannt, ey. Käfer. Über die Käfer. Und dann wahrscheinlich hier rein. Nein! Mann! Ach. Es war bereits unser letztes Leben. Aber ich würde sagen, da wir mittlerweile schon... Bis 8.4 gekommen sind... Sehen wir uns gleich in 8.4 wieder. So. Ja, da ich noch alle Leben habe, beziehungsweise sogar sechs. Ich habe nur ein einziges Leben verloren, habe ich gedacht. Sehen wir uns doch in... Level 3 nochmal wieder. Eben hat es einigermaßen gut geklappt. Vielleicht klappt diesmal ja auch. Und ansonsten könnt ihr zumindest sehen, wie ich... ...diesen... ...Level geschafft habe. Und ich einfach nur... ...davor ausgehen, dass ich ihn geschafft habe. Das war... ...hoben. Genau. Mittlerweile. Nummer 1. Warte, wenn dieser Hammer nicht wäre... Kann man da nicht einfach mit Anlauf drüber? Wenn der Dritte kommt. Genau der. Da müsste man noch unter... ...durch können. So. Das geht ja auch nirgendwo rein. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur Glück dann, oder? Ich glaube, das ist jetzt einfach nur Glück. Zwischen dem Dritten und dem Vierten. Das ist... Ja, das ist... Man kann nicht beiden Seiten gleichzeitig ausweichen. Das geht nicht. Das geht nicht. So... Die Ersten... Unter, durch. Ballet Bill fliegt weg. Ja, jetzt habe ich sie schon gesehen, verdammt. Ich gehe lieber oben drüber. Jetzt sind beide unten. Och, Mario, spring doch! Ha! Über den einfach Sinn los... Oh, das hätte so gut geklappt. Ich hätte nur stehenbleiben müssen. Das wäre der letzte gewesen, glaube ich. Ich glaube, das wäre der letzte gewesen. Oh ja, und jetzt geht natürlich immer wieder alles daneben. Wie viele Leben noch? Drei. Gut, immerhin drei. Ja, natürlich jetzt... Das ist einfach nur erschreckend. Ist das einfach nur... Dieser Level ist einfach nur erschreckend. Unten. Na, die... Jetzt geht es wieder unten. Aber die haben keine festen Bewegungsmuster. Woher soll man das denn wissen? Oben. Ja! Das ist echt das Allerletzte. Ja, und das war pure Doofheit. Bis gleich! So, da wären wir wieder. Und hohohoho, diesmal sind wir sogar groß. Also, der nächste Versuch. Setzen wir das große Mal nicht aufs Spiel. Und sein ganz vorsichtig. Aber erst mal... Unten, ne? Unten. Ja. Ach, Ballit Bill! Ich küss mich doch nicht an. Komm, flieg weg. Danke. Schieß. Kommt der drüber? Nein. Der zweite ist... Oben. Ja, ja toll. Das war zwar nicht gut, aber wir sind durchgekommen. So. Der kommt zurück. Und wir müssen auch über den dritten drüber kommen. Und über den... Null! Wie zum Leck mich habe ich... ...jetzt keinen falschen Fehler machen. Hopp. Hopp. Ach. Okay. Ich glaube, wir haben noch fünf Leben oder so. Also, wenn das jetzt nicht klappt, ich... Ich glaube, dann schmeiße ich meine Tastatur hier quer durch den Raum oder sowas. Fünf Leben, ja. Das muss jetzt klappen. Jetzt fall nicht irgendwie dreimal in die Lava oder so. Mario, dann haue ich... Hau ich denen. Ach. Schiebe ich dir deine Mütze in den Hals? Ach, ne. Wir mussten in den zweiten. In den zweiten. Genau. Und jetzt... ... sind wir hier und... ... obwohl wir in das Schloss nur so ein... Moment mal. Das war falsch. Oder? Wir mussten danach in den ersten. Genau. Ist doch falsch. Hä? Ne. Jetzt war das falsch. Also, hier mussten wir dann doch noch vorbei. Hier hoch. Hier rüber. Wenn das nur so ein auswendig lernen Ding ist, was gar nicht mal so schwierig... ... sein soll. Dann... ... sollten wir es in fünf Leben noch wohl schaffen. Und dann in den. Das merken wir uns. Dann hier rein. ... an den Käfern vorbei. Oh ja. Das muss natürlich sein. Scheiß Käfer. Ist noch nichts verloren. Dieser Anfangssprung. Der ist auch so grausig. Hula. Also, hier rein. Oder ist das überhaupt der? Ne, das ist doch der erste. Ja, das ist der. Also, da müssen wir schon mal... Da müssen wir gar nicht rein. Drüber. Hoch. Runter. Hopp. In den müssen wir. Genau. Danach müssen wir... ... einfach in... ... den geht's nicht. Oh, war das Glück. Da rein. Von hier aus. Ach, nee, sind wir wieder am Anfang. Na super, wir sind wieder am Anfang. Gut, das ist also auch falsch. Wir haben noch genug Versuche. Und noch genug Zeit. Alles in Ordnung. Gehen wir hier rein. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier weiterlaufen? Kann man in den rein? Nee, kann man nicht rein. Nee, man muss... Okay, man muss in den rein. Also. So. Dass wir hier rein müssen, ist schon mal sicher. Also gehen wir da rein. Und danach? Nochmal in den ersten? Das geht nicht. Der zweite war ja anscheinend auch falsch. Jetzt geh bloß weg, du scheiß Ding. Dann, wie wär's mit dem hier? Geht auch nicht rein. Okay. Lass mich raten, der da oben. Nee, wir müssen doch nicht ernsthaft in den da oben, oder? Wie sollen wir da denn hinkommen? Wie sollen wir da denn hinkommen? Okay. In den, komm. Na gut, die Zeit, die... macht uns... Ja, genau. In den... Ist der das? Nein, wir sind wieder am ersten. Wir sind wieder am ersten.